Um eine Software-Aktualisierung über ein WLAN-Netz durchzuführen, vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit dem Gerät in der Nähe eines Computerbildschirms in einem Abstand von etwa 40 cm und innerhalb der Reichweite eines WLAN-Netzes in der Nähe des Rauters befinden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist. Gehen Sie auf Ihrem Computer oder Smartphone zu www.orcam.com-wifiset. Geben Sie auf der Wi-Fi-Set-Webseite die Bezeichnung Ihres Netzwerks und Ihr Passwort ein. Drücken Sie die blaue Box, um einen QR-Code zu generieren. So dann erscheint ein QR-Code auf Ihrem Bildschirm. Zeigen Sie nun auf OrCam bitte QR-Code lesen über dem QR-Code. Tragen oder halten Sie das Gerät stabil mit der Kamera auf den QR-Code ausgerichtet, bis es sich mit dem WLAN-Netz verbindet. Falls Sie Schwierigkeiten haben, auf den Befehl OrCam bitte QR-Code lesen zu zeigen, können Sie auch das Berührungsfeld berühren und die Kamera wird den QR-Code fotografieren. Vergewissern Sie sich, dass der QR-Code auf Ihrem Bildchen sichtbar ist. Nun sollten Sie einige Pieptöne hören, gefolgt von Wi-Fi mit mein Netzwerk verbunden. Signal ist ausgezeichnet. Hinweis, falls eine Software-Aktualisierung verfügbar ist, wird Ihr Gerät automatisch aktualisiert und Sie hören einige Fortschrittsmeldungen. Download-Fortschritt 95%. Nachdem Sie Ihr WLAN-Netzwerk definiert haben, führt Ihr Gerät jedes Mal, wenn es im Bereich Ihres WLAN-Netzwerks an das Ladegerät angeschlossen wird, eine Prüfung auf Software-Aktualisierung durch und installiert automatisch neue Aktualisierungen. Sie müssen Ihr WLAN-Netzwerk nur einmal definieren, damit Aktualisierungen laufend durchgeführt werden.